Die Silo King Selbstfahrer werden mit hoher Fertigungstiefe im oberbayerischen Tidmoning in Serie produziert. In zwei modernen und einzigartigen Fertigungslinien werden die Selbstfahrer konfektioniert. Die Vormontage der Baugruppen wie Kabine, Motor und Achse erfolgt an Arbeitsplätzen, die den Fertigungslinien zugeordnet sind. Die Produktgruppe umfasst elf Selbstfahrermodelle zwischen 12 und 32 Kubikmetern. Die Silo King Selbstfahrer unterstützen die Landwirte einfach und intelligent beim Füttern. 365 Tage im Jahr. Mit den neuen Selfline 4.0 Modellreihen steht der landwirtschaftlichen Praxis nun eine moderne Generation professioneller selbstfahrender Vertikalfutter-Mischwagen zur Verfügung, bei der ein intelligenter Mix aus innovativen, neuen und praxisbewährten Komponenten zum Einsatz kommt. Natürlich in der von Silo King gewohnten Qualität. Jede Maschine verlässt auf Herz und Nieren geprüft und dokumentiert das Werk. Silo King Selfline Compact ist der Selbstfahrer für den Familienbetrieb und Betriebe mit hohen Ansprüchen an Flexibilität. Er ist kompakt, wendig und schnell. Durch die niedrige Bauhöhe sind die Silo King Compact Selbstfahrer die ideale Maschine für niedrige und enge Altgebäude. Das einzigartige Dreipunkt-Fahrwerk gewährleistet die unter beengten Betriebsverhältnissen erforderliche Wendigkeit, die niedrige Bauhöhe und zusätzlich eine maximale Traktion. Auch die Stabilität im Fahrbetrieb ist hervorragend. Die Silo King Selfline Premium ist der Selbstfahrer für große Betriebe und Betriebe mit hohen Ansprüchen an die Durchsatzleistung. Zeitersparnis durch eine effiziente Arbeitserledigung ist mit der Hauptgrund bei der Entscheidung für die Selbstfahrertechnik. Durch die Silo King Selbstfahrer kann die Fütterungszeit um bis zu 50% reduziert und zusätzliche Freizeit und Zeit für die Familie geschaffen werden. Aber auch größere Betriebe mit der Anforderung nach einer passgenauen Fütterung der verschiedenen Leistungsgruppen wissen die zu erreichende Effizienz in der Arbeitserledigung zu schätzen. Zudem garantieren die Silo King Selbstfahrer kompakt und premium, außerordentlichen Komfort sowie Präzision und Sicherheit ohne Kompromisse. Durch die Silo King Entnahmefräse mit nur 42 Messern können unterschiedliche Futterkomponenten schnell, präzise und strukturschonend geladen werden. Gleichzeitig wird durch die entstehende saubere Silo-Anschnittfläche nach Erwärmung und damit Qualitätsverlust der Silage verhindert und Bröckelverluste minimiert. Ein 70 cm breiter Fräskanal und die neue Auswurfklappe ermöglichen eine effiziente Förderung der Futterkomponenten in den Mischbehälter. Aufgrund des genau abgestimmten Abstands der Turboschnecke zum konisch gekanteten Behälter ist das Futter stets in optimaler Bewegung. Der in die Turboschnecke integrierte Magnet fixiert metallische Fremdkörper und schützt die Kuh aktiv vor Verunreinigungen im Futter. Eine perfekte Mischung ist das Ergebnis. Durch die zentrale Position der Antriebseinheit sind die Wege zu den Verbrauchern kurz und ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad bei reduzierter Ölmenge. Die kurzen Wege zwischen Fahr-, Fräs-, Mischschneckenantrieb und Motor garantieren eine hohe Energieeffizienz und einen geringen Dieselverbrauch. Gleichzeitig ergibt sich eine optimale Traktion der Vorderachse. Die Selfline 4.0 Modellreihen Kompakt und Premium sind standardmäßig mit wirtschaftlichen Motoren von Volvo ausgestattet. Mit einem Hubraum von 5,1 Litern und Leistungen von 143 bis 218 PS. Sie zeichnen sich durch hohe Drehmomente bei niedriger Drehzahl und daraus resultierendem niedrigen Dieselverbrauch und einem Wartungsintervall von 1000 Betriebsstunden aus. Durch das neue, technisch ausgefeilte Rücklauffiltersystem der Hydraulik von Bosch Rexroth bleibt der Gesamtbedarf an Hydrauliköl unter 140 Litern. In diesem Filtersystem wird das Hydrauliköl in optimaler Weise gefiltert. Das führt zu Wartungsintervallen von 1000 Betriebsstunden und einer weiteren effizienten Senkung der laufenden Betriebskosten. Die Selfline 4.0 Maschinen verfügen über einen Arbeitsplatz der Extraklasse. Eine neue, geräumige Kabine mit hervorragender Rundumsicht, die über zahlreiche Komfortmerkmale verfügt. Dazu zählen der niedrige Einstieg und die dreifach verstellbare Längssäule ebenso wie der standardmäßige luftgefederte Sitz mit integrierter Multifunktionsarmlehne. Hohen Bedienkomfort und Effizienz ermöglicht die neue CAN-Bus-Steuerung, welche in der direkt am Fahrersitz befestigten Multifunktionsarmlehne integriert ist. Eine intelligente Tasten- und Joystickbelegung erlaubt eine leichte und intuitive Bedienbarkeit und die Gruppierung von Funktionen. Für das Ausfahren des Austragsförderers, das Anlaufen des Austragsförderers und das Öffnen des Austragsschiebers beispielsweise genügt ein einfacher Tastendruck. Der Siloking Selbstfahrer kann schnell und kilogrammgenau beladen werden. Das neue 7-Zoll-Display ermöglicht eine komfortable Steuerung und Kontrolle der Rationserstellung. Die standardmäßige LED-Lichtleiste im Dachgitter sorgt darüber hinaus für eine optimale Ausleuchtung des Hauptarbeitsbereichs an der Entnahmefräse. Die Wartung der Kabinenfunktionen ist einfach. So sind beispielsweise der Filter der Klimaanlage und die Fahrzeugsicherungen optimal von außen zugänglich. Der außerordentliche Komfort, die hohe Schlagkraft des Siloking Selbstfahrers und die kurze Mischzeit maximieren die Futterqualität und die Arbeitsproduktivität. Siloking Selfline 4.0 Kompakt und Premium. Einen intelligenten Schritt weiter beim Betriebsergebnis. Siloking hat national und international ein flächendeckendes Partnernetz, um im Servicefall vor Ort schnell Abhilfe schaffen zu können. Das ausgefeilte Ersatzteilkonzept sowohl in Deutschland als auch in den Niederlassungen und bei den Handelspartnern schafft Vertrauen. Nur ein guter Service schafft langfristiges Vertrauen bei Partnern. und Endkunden. Unsere Servicepartner werden regelmäßig geschult und weitergebildet. Durch ihre fachliche Kompetenz, das moderne Equipment und eine 24 Stunden Erreichbarkeit kann Siloking einen optimalen Service garantieren. Abhilfe verw armed, verstärkbar auf mit der INTEL Grafik. Abhilfe auf nicht eine 24-R eyelid corresponden zu Antgoalaamler. Dort wieder Medium. Abhilfe DAY vrijkömpf. Untertitelung des ZDF, 2020